Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernst du, wie du E-Mail-Bing-Pong vermeidest, wie du deinem Chef oder Kunden beeindruckst, warum du ähnliche E-Mails gestapelt abarbeiten solltest, wie du dir E-Mails zum richtigen Zeitpunkt nochmal schicken kannst und wie du gesendete E-Mails im Auge behältst, auf die du noch keine Antwort erhalten hast. Du kennst sicher folgende Situation. Du bekommst eine Mail und antwortest darauf. Ein paar Minuten später kommt eine Frage auf diese Antwort und du beantwortest sie wieder. Dieses Schauspiel passiert einige Male. Die E-Mails gehen hin und her wie ein Ping-Pong-Ball auf einem Tischtennistisch. Das ist nicht nur mühsam, sondern hält dich auch von deiner Arbeit ab und stört ununterbrochen deinen Arbeitsablauf. In den Flow kommst du so sicher nie und das bedeutet keine Produktivität. Die Störungen bestimmen deinen Arbeitsablauf und nicht du selbst. Die Lösung ist ganz einfach. Antworte zwar auf die E-Mails, sende sie aber erst nach Büroschluss ab. Und das alles komplett automatisiert und ganz einfach. Und hier hätten wir so eine Ping-Pong-E-Mail gleich einmal zur Ansicht. Ich habe mir natürlich selbst zwischen zwei E-Mail-Adressen hin und her geschiebst. Hallo, kurze Anfrage. Kannst du mir erklären, wie das mit Boomerang funktioniert? Dann beantwortest du diese Anfrage. Dann kommt super, dazu hätte ich noch eine Frage. Und dann geht das so weiter und weiter und immer wieder kommen Fragen, Fragen, Fragen und Fragen. Die E-Mail wird immer länger und du siehst dann in wenigen Minuten, in Minutenabständen musst du da quasi hier diese E-Mails beantworten und wirst so immer wieder von deiner Arbeit abgehalten und massiv gestört. Löschen wir das mal und sehen wir uns an, wie du das mit Boomerang besser managen könntest. Ich habe hier noch eine neue Anfrage vorbereitet. Hallo, hätte gerne folgende Auskunft. Dann beantwortest du diese Anfrage. Hallo, Antwort. Und dann gehst du hier auf Send Later. Und Send Later tun wir dann eben nach Büroschluss. Also zum Beispiel erst um 18 Uhr. Dazwischen kannst du vielleicht noch einfügen, kontaktieren Sie mich bitte telefonisch bei weiteren Fragen. Dann passt das auch. Und dann gehst du hier auf Send Later und sagst, okay, wir senden das jetzt entweder in 1, 2, 3, 4 Stunden oder du suchst dich hier direkt am heutigen Tag, heute ist Sonntag, eine Zeit noch aus und sagst, okay, sende die dann eben erst, wenn heute Montag wäre, wäre dann Büroschluss, weiß ich nicht, um 18 Uhr 1. Sende die, drücken wir auf Confirm und die Message wird hier jetzt gespeichert und wird dann eben versendet um 18 Uhr 1. Also der bekommt das erst nach Büroschluss und du hast mit dieser Anfrage heute einmal zumindest einmal nichts mehr zu tun und kannst dich voll und ganz deiner Arbeit widmen. Jetzt verrate ich dir gleich, wie du deinem Chef beeindrucken kannst. Aber zuvor ein paar Worte zur Wichtigkeit von Stapelverarbeitung. Gleiche Arbeiten auf einmal erledigen ist das A und O jedes produktiven Menschen. Das Best-Bet-Beispiel dafür sind Geburtstags-E-Mails. Jeden Monatsersten setze ich mich hin und schreibe meine Geburtstagsklickwünsche für den gesamten Monat. Dank Boomerang brauche ich mich dann nie wieder darum kümmern. Aber auch für meine Coaching-Klienten verwende ich es. Erinnerungs-Mails oder Mails die kommende Session betreffend werden abgearbeitet und zum Versand vorbereitet und dann geboomerangt. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Okay, schauen wir uns einmal an, wie du deinen Chef beeindrucken kannst. Dazu schreiben wir jetzt eine neue E-Mail. Die geht an den Chef. Schreiben wir hier, ich schicke sie mir jetzt mal selber natürlich und schicke die nicht meinem Chef. Von meiner Gmail-Adresse aus, okay. So, und dann schreiben wir Präsentation ist fertig. Dann schreibst du da hier ein bisschen ein bla 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 rein. Vollkommen egal, jetzt einen kurzen Text. Dann hängst du die Präsentation an und dann bist du fertig geworden mit dieser Präsentation. Sagen wir, ja, um 18 Uhr abends. Willst deinen Chef aber beeindrucken und sagst einfach, send later. Ja, und wenn du da reinschreibst in dieses Mail, bin gerade damit fertig geworden, bin nur müde und so weiter und so fort, dann kannst du jetzt sagen, okay, wir senden das hier auch heute, aber wir senden das um von mir hier aus, weiß ich nicht, 23 Uhr 52, dann zeigt das, wow, der war fleißig, der hat bis 23.50 Uhr gearbeitet. Drückst auf Confirm und auch diese Message ist draußen. Das ist nur ein Teil davon. Natürlich geht es hier auch um das gestapelte Abarbeiten, die Stapelverarbeitung. Ja, ich habe ja schon erwähnt, das Beispiel Geburtstags-E-Mails zum Beispiel. Ja, du kannst dich am Monatsersten hinschreiben und schreibst an deine Bekannten, Verwandten, Kollegen, wen auch immer, ja, schreibst du Happy Birthday und dann schreibst du noch einen netten Text hier drunter, einen persönlichen. Dann gehst du auf send later, dann suchst du einfach, okay, der hat ihr, weiß ich nicht, am 9. Oktober Geburtstag, die schicke ich ihm um 8 Uhr früh und dann geht am 9. Oktober um 8 Uhr früh diese E-Mail raus. Ja, dann mache ich das nächste Schreiben dann auf, wird wieder gespeichert, dann mache ich das nächste Schreiben auf und schreibe dem nächsten Kunden, Freund oder sonst was eine E-Mail, der hat dann irgendwann, weiß ich nicht, am 13. Oktober schickst du es wieder weg. Das heißt, du setzt dich einmal am Monat hin, schreibst gleich alle Geburtstags-E-Mails. Ja, und das kannst du für viele, viele verschiedene Dinge eben anwenden, genauso mit den Kunden, mit Klienten, alles, was du so im Voraus im Stapel abarbeiten kannst, kannst du hier wunderbar mit dieser Boomerang-App oder mit diesem Boomerang-Tool machen. Etwas benötigt deine Aufmerksamkeit erst in der Zukunft? Die E-Tickets für das kommende Fußballspiel oder eine Theatervorstellung zum Beispiel? Heute schön ausgedruckt und dann ablegen, das ist umständlich. Wer weiß, ob du sie dann an dem Tag wieder findest. Zweite Möglichkeit irgendwo zwischenspeichern. Zeitaufwendig und dieselbe Problematik, wer weiß, ob du sie da wieder findest. Die wichtige Lösung zeige ich dir gleich. Selbiges gilt übrigens für Flugtickets, Hotelwascher und Rechnungen. Ja, ich zeige dir jetzt auch am Bildschirm hier die Beispiele, die wir hier alle haben. Ticket für Fußballspiel hast du zum Beispiel bekommen. Hallo, elektronisches Ticket für das Fußballspiel, 20. Oktober, Beginn um 18 Uhr. Super, ich brauche aber dieses elektronische Ticket eigentlich erst am 20. Oktober irgendwann im Laufe des Vormittags. Das heißt, ich gehe hierher auf Boomerang, sage, okay, passt, wir gehen zum 20. Oktober, schicke mir das, weiß ich nicht, um 11.04 Uhr vormittags. Da kann ich es mir dann schön ausdrucken. Druck auf Confirm, drücke auf Confirm und bin fertig. Selbiges kannst du mit Rechnungen machen. Rechnungsbetrag 20 Euro, zahlbar bis 7.10.2014. Ok, ich zahle das dann auch erst am 7.10.2014 und gehe hierher, klicke auf den 7.10.2014, 8 Uhr früh, schicke mir diese E-Mail um 8 Uhr früh noch einmal. Selbiges gilt natürlich für Flugtickets oder Hotelwascher. Ihr Flug geht am 12.11.2014. Gut, dann brauche ich dieses Flugticket aber eigentlich frühestens am 11.11.2014, das heißt, ich gehe auch hierher, klicke hier auf November, 11.11.2014, 8 Uhr früh und drücke auf Confirm. Und schon sind die alle weg aus der Mobilbox, aus der Inbox und du hast damit zunächst einmal nichts mehr am Hut. Die tauchen dann ganz automatisch an dem Tag auf, an dem du sie wieder brauchst. Du sendest etwas an einen Kunden oder Mitarbeiter, das von diesem eine Reaktion erfordert? Aber kaum hast du auf Senden gedrückt, hast du die E-Mail und damit dieses wichtige Ding schon wieder vergessen? Oder du belastest deinen Kopf, indem du dich ständig daran erinnerst, ja nicht auf dieses wichtige Ding zu vergessen. Oder aber, du musst dir irgendwo extra eine Notiz oder Erinnerung anlegen, um nicht zu vergessen, dass hier noch etwas ausständig ist. Auch hier ist die Lösung einfach. Ja, auch diese Möglichkeit möchte ich dir natürlich am Bildschirm zeigen. Das heißt, wir schreiben jetzt oder wir delegieren etwas weiter. Ich nehme da jetzt wieder meine E-Mail-Adresse dazu und delegiere etwas weiter. Ja, sagen wir Überarbeitung Datei nennen wir das Ganze und dann sagen wir hier, Hallo Klaus, bitte um Überarbeitung sende mir die Datei binnen drei Tagen wieder. Ja, LG, liebe Grüße, bla bla bla. So, was kann ich jetzt tun, damit hier ich weiß, hat der Klaus das bekommen, hat er das zurückgeschickt, hat er was auch immer damit gemacht. Und das kann ich hier machen, indem ich hier boomerang this, ja, anhacke und dann sage ich, okay, drei Tage habe ich ihm Zeit gegeben, nehmen wir jetzt hier der Einfachheit halber trotzdem zwei Tage, sagen wir, wir geben ihm nur zwei Tage Zeit, wir ändern das hier auch, ja, binnen zwei Tagen und wenn der nicht mir zurückgeschrieben hat auf diese E-Mail hier, if not replayed und ich drücke hier send later, dann bekomme ich nach zwei Tagen automatisch diese E-Mail, die ich geschickt habe, noch einmal und wer zu erinnert, aha, der Klaus hätte mir einfach diese Datei schon schicken sollen, hat er bis jetzt aber nicht gemacht. Ja, du hast hier mehrere Optionen, du kannst hier auf if not clicked, also wenn du hier einen Link drinnen hast, dann kannst du ohne weiteres auch sagen, if not clicked, also wenn dieser Link hier drinnen nicht geklickt wurde, wenn ich hier zum Beispiel statt einen Download, hier einen Download-Link gehabt hätte und da wurde er nicht drauf geklickt und weiß ich auch, okay, der hat sich noch nicht damit beschäftigt, kann ich zurücksenden. If not opened, ja, wenn er die E-Mail gar nicht geöffnet hat, auch dann, ja, oder einfach generell, ja, ich will automatisch nach zwei Tagen informiert werden, dass mir der Klaus hier noch etwas schuldig ist, ja, wir sind jetzt auf if not replayed, drücken hier auf send later, ja, konfirmen das noch und die Geschichte ist ebenfalls erledigt, beziehungsweise hätten wir auch nur hier auf senden drücken brauchen und dann wäre das auch erledigt gewesen. Ja, du siehst also alles relativ einfach. Was jetzt, wenn ich mich hier irgendwo geirrt habe bei diesen E-Mails, dann ist das prinzipiell auch kein Problem, dann klicke ich hierher auf den Boomerang hier, klicke auf Manage Scheduled Messages und dann habe ich hier alle meine Messages, die ich hier geschedelt habe und du siehst schon, hier sind die Flugtickets, dann kann ich hier einfach auf dieses Flugticket draufklicken, sage Reschedule und dann kann ich hier sagen, okay, schicke mir das nicht am 11. November, sondern am 15. November, kann dann noch die Zeit dazu sagen, klick confirm, und die Geschichte ist erledigt. Also ich kann hier alles noch einmal ganz klar hier machen, also hier Message to send later, ich kann hier die Präsentation nochmal überarbeiten, die Anfrage nochmal überarbeiten, also ich kann mir aussuchen, wenn ich mich irgendwo geirrt habe, kann ich das hier unter diesem Icon, unter diesem Boomerang jederzeit ändern. Dir gefällt Boomerang? Dann teste es doch unverbindlich. In der kostenlosen Basisversion kannst du 10 E-Mails pro Monat Boomerangern und sorgst so regelmäßig für Zero Inbox. Den Link dazu findest du gleich hier unterhalb dieses Videos bzw. jetzt im Video eingeblendet. viel Spaß mit Boomerang und bis zum nächsten Selbstmanagement Hack Video. Wenn du von YouTube bei jeder Veröffentlichung eines neuen Videos informiert werden willst, dann abonniere doch meinen Kanal, gleich hier rechts oben im Eck. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, genieße deinen Tag!